Wir wissen nicht wohin Bock und Film verschwunden ist. Alles was wir gefunden haben ist diese Hassentasse aus seiner Anfangszeit von YouTube. Es bleibt ein Mysterium. Die Frage klären wir heute wohin er verschwunden ist. Bleiben Sie dran, es bleibt spannend. Fangen wir mal Jenny Logis, was sie davon hält. Hey, die bin's, die Jenny Logis. Dieser Bock und Film, der schuld mir immer Geld. Und, der soll er mir gefälligst zurückzahlen. Ja, ich finde ihn. Und wenn ich ihn finde, dann soll er mir gefälligst das Geld zurückzahlen. So sieht's aus. Das ist eine Tatsache. Hier hat Bock und Film immer sein Geschäft verrichtet. Warum hat er zwei Klopinsel? Warum liegt da eine Rolle Klopapier? Und warum ist nicht runtergespült worden? Es ist ein Mysterium, welches wir heute versuchen zu lösen. Hoffentlich können wir es lösen. Nein, ihr schafft es nicht, dieses Mysterium zu lösen. Nein, Bock und Film bleibt verschwunden. Aber er wird wieder auftauchen. Das ist das Paradoxe dabei, oder nicht? Hä? Wir haben uns auf die Spuren des spurlos verschwundenen Bock und Film begeben. Wir wissen nicht, wo er ist. Ist er an diesem Ort? Von diesem Videoausschnitt? Wir wissen es nicht. Bleiben Sie dran. Nach dem Werbeblock geht es weiter. Du bist eine ganz dumme Drecksau. Komm, verbiss dich endlich, du Klo-Muschel-Taucher. Yo. Du bist voll das kranke Opfer. Komm, ich schlag dir deine Fresse ein. Es gibt leider noch nichts Neues. Keine Einmeldung hereingekommen. Gar nichts. Wir wissen nicht, wo Bock und Film ist. Schalten Sie ein beim nächsten Teil. Wir bleiben dran. Wir geben uns Mühe. Und wir lösen dieses Ministerium. Wir geben uns Mühe. Wir zeigen uns Mühe.